Alexandra Hofmann, eine talentierte Künstlerin und eine der prominenten Persönlichkeiten der deutschen Musikszene, wurde in einer musikbegeisterten Familie in Dortmund, Deutschland geboren und wuchs dort auf. Schon in jungen Jahren zeigte sie eine starke Leidenschaft für Musik. Unter der Anleitung ihrer Eltern, die ebenfalls Musiker waren, begann Alexandra im Alter von fünf Jahren Klavier zu spielen und zu singen. Während ihrer Kindheit war sie stets von Musik und Kunst umgeben, was ihr ideale Bedingungen schuf, ihr Talent und ihre Leidenschaft zu entfalten. Allerdings war ihr Leben nicht immer einfach und glücklich. Als Alexandra ins Teenageralter kam, geriet ihre Familie in ernsthafte finanzielle Schwierigkeiten. Sie arbeiteten sehr hart, um das Familienleben aufrecht zu erhalten und Alexandras Musikkarriere zu unterstützen. Diese schwierigen Jahre lehrten sie Geduld, Beharrlichkeit und Entschlossenheit, ihre Träume zu verwirklichen. Nach dem Abitur entschied sich Alexandra für ein Studium am Berliner Konservatorium, einem der renommiertesten Konservatorien Deutschlands. Hier lernte sie viele andere talentierte Künstler kennen und freundete sich mit ihnen an, darunter Jürgen Olsen, einen talentierten dänischen Musiker und Musikproduzenten. Ihre Beziehung bestand zunächst nur aus Freundschaft und musikalischer Partnerschaft, doch mit der Zeit wurden sie immer enger. Während ihres Studiums am Berliner Konservatorium war Alexandra mit vielen Herausforderungen und Schwierigkeiten konfrontiert. Sie verbrachte viele schlaflose Nächte damit, ihre Aufgaben und Musikprojekte zu erledigen. Ihr Einsatz und ihre Leidenschaft zahlten sich jedoch aus, denn sie gewann viele begehrte Preise bei nationalen und internationalen Musikwettbewerben. Nach ihrem Abschluss begann Alexandra ihre professionelle Musikkarriere. Sie wurde schnell für ihre emotionale Stimme und ihren attraktiven Auftrittsstil berühmt. Ihr Debütalbum, Heart and Soul, wurde von Publikum und Kritikern positiv aufgenommen. Der Erfolg dieses Albums eröffnete ihr viele großartige Möglichkeiten in der Musikindustrie. Allerdings lief nicht alles reibungslos. Alexandra war dem Druck der Öffentlichkeit und der Medien sowie Schwierigkeiten in ihrem Privatleben ausgesetzt. Sie erlebte eine schwere psychische Krise, konnte diese schwierige Zeit jedoch dank der Unterstützung ihrer Familie, ihrer Freunde und insbesondere von Jürgen Olsen überstehen. Einer der größten Erfolge in Alexandras Karriere war die gemeinsame Produktion des Albums Melodies of Life mit Jürgen Olsen. Dieses Album erzielte nicht nur Rekordverkäufe, sondern erhielt auch viele prestigeträchtige Auszeichnungen. Die perfekte Kombination aus Alexandras Stimme und Jürgens Musikproduktionsfähigkeiten schuf ein einzigartiges und emotionales Kunstwerk. Neben ihrer Musikkarriere beteiligt sich Alexandra auch an zahlreichen wohltätigen und sozialen Aktivitäten. Sie hat viel Zeit und Hingabe darauf verwendet, Kinder in schwierigen Lebensumständen und kranke Menschen zu unterstützen. Sie glaubt fest daran, dass Musik den Menschen Hoffnung und Freude bringen kann und nutzt ihr Talent, um diese Botschaft zu verbreiten. Die Beziehung zwischen Alexandra und Jürgen war schon immer ein Thema von öffentlichem Interesse. Nach vielen Jahren der Zusammenarbeit und Verbundenheit bestätigten sie schließlich, dass ihre Beziehung nur eine enge Freundschaft ist. Sie arbeiten sehr gerne zusammen und respektieren sich gegenseitig. Alexandra und Jürgen haben gemeinsam viele Höhen und Tiefen durchgemacht und sind überzeugt, dass ihre Zusammenarbeit in Zukunft noch mehr Erfolg bringen wird. In den kommenden Jahren planen Alexandra und Jürgen, weiterhin an vielen neuen musikalischen Projekten zusammenzuarbeiten. Sie möchten dem Publikum stets wundervolle und emotionale Musikerlebnisse bieten. Es ist sicher, dass Alexandra Hofmann mit ihrem Talent und ihrer Leidenschaft weiterhin große Erfolge erzielen und in der Welt der Musik markante Spuren hinterlassen wird. Das Leben und die Karriere von Alexandra Hofmann sind eine inspirierende Geschichte von Beharrlichkeit, Tatendrang und Leidenschaft. Obwohl sie mit ihrer Liebe zur Musik und der Unterstützung ihrer Lieben viele Schwierigkeiten und Herausforderungen durchlief, meisterte sie sie alle und wurde eine erfolgreiche und beliebte Künstlerin und beliebte Künstlerin. Die Freuden und Erfolge, die sie erreichte, sind nicht nur das Ergebnis persönlicher Bemühungen, sondern auch ein Beweis für die Kraft der Freundschaft und Zusammenarbeit. Alexandra Hofmann und Jürgen Olsen werden weiterhin leuchtende Sterne am Musikhimmel sein, großartige Melodien bringen und die Liebe zur Musik an alle weitergeben. Das Leben von Alexandra Hofmann hat viele weitere berührende Geschichten und unvergessliche Momente zu bieten. Nach dem Erfolg des Albums Melodies of Life beschlossen sie und Jürgen Olsen, die Zusammenarbeit an einer Reihe neuer Projekte fortzusetzen. Sie wollen sich selbst herausfordern, indem sie verschiedene Musikgenres erkunden und dem Publikum einzigartige Erlebnisse bieten. Eines ihrer nächsten bemerkenswerten Projekte ist das Album Love Stories. Dieses Album ist eine Kombination aus klassischen Liebesliedern und neuen Kompositionen, ausgedrückt durch Alexandras gefühlvollen Gesang und zarte Melodien von Jürgen. Dieses Album wurde sowohl vom Publikum als auch von den Kritikern positiv aufgenommen und landete schnell an der Spitze der Musikcharts. Neben ihren Erfolgen in der Musikkarriere ist Alexandra auch als starke und energiegeladene Frau bekannt. Sie lernt und entwickelt sich ständig weiter. Alexandra hat viele Kurse in Musikkomposition und Musikproduktion besucht, um ihre Fähigkeiten und Kenntnisse zu verbessern. Sie nimmt außerdem regelmäßig an internationalen Musikseminaren und Konferenzen teil, bei denen sie die Möglichkeit hat, mit den weltweit führenden Künstlern und Musikproduzenten zu interagieren und von ihnen zu lernen. Die Traurigkeit, die Alexandra in ihrem Leben erlebte, war nicht geringer. Einer ihrer größten Schmerzen war der plötzliche Tod ihrer Eltern. Sie waren ihr ganzes Leben lang die größte Quelle der Ermutigung und Unterstützung. Dieser Verlust hinterließ ein großes Loch in ihrem Herzen. Aber Alexandra überwand diesen Schmerz, indem sie ihr ganzes Herz in die Musik steckte. Sie glaubt, dass ihre Eltern immer auf sie aufpassen und sie von oben unterstützen werden. Ein weiteres denkwürdiges Ereignis in Alexandras Leben war, als sie und Jürgen beschlossen, eine internationale Tournee mit dem Titel Melodies of Friendship durchzuführen. Diese Tour war für sie nicht nur eine Gelegenheit, neue Musik vorzustellen, sondern auch eine Hommage an die Fans, die sie immer unterstützt haben. Die Tour war ein großer Erfolg. Millionen von Zuschauern kamen, um sie zu sehen und zu unterstützen. Dies ist ein klarer Beweis für die Liebe und den Respekt, den das Publikum ihnen entgegenbringt. Neben der Musik hat Alexandra auch eine große Leidenschaft für das Schreiben. Sie hat viele Bücher über Musik und das Leben geschrieben, darunter die Autobiografie Music and Me, die von ihrer emotionalen Reise und den Höhen und Tiefen in der Welt der Musik erzählt. Das Buch hat viele Komplimente erhalten und ist bei den Lesern beliebt. Auf den Seiten des Buches teilte Alexandra ihre Gedanken, Gefühle und wertvollen Lektionen mit, die sie im Leben gelernt hatte. Eines der nächsten großen Ziele von Alexandra und Jürgen ist die Gründung einer Musikakademie namens Hofmann-Olsen-Akademie. Diese Akademie wird ein Ort zur Ausbildung und Entwicklung junger Musiktalente sein und ihnen die Möglichkeit geben, unter der Anleitung führender Künstler und Musikproduzenten zu studieren und sich weiterzuentwickeln. Alexandra und Jürgen glauben, dass Musik Leben verändern kann und möchten jungen Talenten diese Chance bieten. Im Laufe ihrer Karriere hat Alexandra zahlreiche renommierte Auszeichnungen erhalten. Sie hat mehrere Grammy Awards, European Music Awards und viele andere Auszeichnungen gewonnen. Diese Erfolge sind nicht nur eine Anerkennung ihres Talents, sondern auch eine Motivation für sie, sich weiterhin der Musik zu widmen. Eines der anderen denkwürdigsten Ereignisse in Alexandras Leben war, als sie eingeladen wurde, im Sydney Opera House, einem der berühmtesten Theater der Welt, aufzutreten. Der Auftritt hinterließ beim Publikum einen tiefen Eindruck und ist eine der denkwürdigsten Erinnerungen ihrer Karriere. Alexandra sang mit ihrer emotionalen Stimme und ihrem fesselnden Darbietungsstil Liebeslieder und Werke klassischer Musik und begeisterte das Publikum. Alexandra ist nicht nur in ihrer Musikkarriere erfolgreich, sondern auch eine Familienfrau. Sie nimmt sich immer Zeit, sich um ihre Lieben zu kümmern und ihre Familie zu unterstützen. Vielen Dank.